Hier ist eine unklamäßige Sondersendung des Deutschen Nachrichtendienstes. Laut bestätigten Informationen der NASA rast ein riesiger Meteorit auf die Erde zu. Aufschlagszeitpunkt wird in 5 Tagen sein. Da er aus schwarzer Materie besteht, konnte er nicht entdeckt werden. Laut NASA wird nach dem Ausschlag kein weiteres Leben mehr geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 5 5, 4, 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1